im Gespräch mit Jeffrey Lin über ein 116 Kilometer langes Rennen durch die Wüste Gobi auf den Spuren des chinesischen Buddhismus. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Wer an einem EMBA, einem Executive Master of Business Administration arbeitet, ist sich sicherlich bewusst, dass das keine einfache Aufgabe ist. Denn zwei Jahre lang für ein Master of Business Administration zu studieren, während man Vollzeit arbeitet, oft als Geschäftsführer, Manager oder Abteilungsleiter, ist auf jeden Fall nicht einfach. Doch wer hätte gedacht, dass man im Rahmen seines EMBA-Studiums durch die Wüste Gobi laufen muss? Gut, man muss nicht, denn natürlich ist die Teilnahme an der viertägigen Hönsang Road Gobi Challenge für die EMBA-Studenten oder Absolventen freiwillig. Tatsächlich findet seit fast 15 Jahren die Hönsang Road Gobi Challenge für Mannschaften statt, die sich aus Studenten oder Absolventen eines EMBA-Studiums zusammensetzen. Bei diesem viertägigen Rennen laufen die Teilnehmer auf den Spuren des bekannten buddhistischen Mönchs Hönsang, der vor etwa 1300 Jahren die Wüste Gobi durchquerte, um in Indien buddhistische Schriften zu sammeln und nach China zu bringen. Auch die EMBA-Klasse der Suzhou-Universität aus Taipei nimmt seit einigen Jahren an diesem Lauf teil und einer der Verantwortlichen für das Team ist Jeffrey Lin, Lin Yuenxiang, der sein Team im vergangenen April durch die Gobi-Wüste führte. Herr Lin hat 2014 seine EMBA-Klasse der Suzhou-Universität abgeschlossen und ich traf mich vor kurzem mit ihm, um über seine Erfahrung mit der Hönsang Road Gobi Challenge zu sprechen. Zunächst aber wollte ich von ihm wissen, was es mit dem EMBA-Programm der Suzhou-Universität auf sich hat. Das EMBA-Programm der Suzhou-Universität entspricht dem Plan des Bildungsministeriums, professionelle Bildungseinrichtungen für Betriebswirtschaft voranzutreiben. 2007 wurde das EMBA-Programm ins Leben gerufen. Dieses Programm ist in den letzten Jahren sehr wichtig bei der Ausbildung von Führungspersönlichkeiten, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in anderen Bereichen geworden, was wiederum von großem Nutzen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Taiwans ist. Und können Sie als nächstes die Suzhou-Road Gobi Challenge etwas vorstellen? Die Suzhou-Universität war ursprünglich eigentlich eine kulturelle Aktivität Chinas. Dabei wurde der Weg des Mönches Suzhou-Universität aus der Tang-Dynastie nachgegangen. Erst im Laufe der Jahre wurde diese Aktivität zu einem Wettkampf. Und dieses Mal war es schon die 14. Ausgabe dieses Wettkampfs. Die Route verläuft dabei zwischen den chinesischen Provinzen Gansu und Xinjiang. Hier wanderte vor 1300 Jahren der Mönch Xuanzang entlang, verirrte sich, musste sich mit seinen Zweifeln auseinandersetzen, wurde verraten und sah sich vielen anderen Herausforderungen gegenüber. Doch er ging unbeirrt weiter, bis er schließlich seinen großen Traum verwirklichte. Und das Ziel dieser Gobi Challenge für Business Schools ist es, dass man den Geist, die Einstellung von Xuanzang versteht und erlernt. Die Gobi Challenge verläuft über mehr als 100 Kilometer durch die Wüste. Dabei erleben die Teilnehmer, was es heißt, an die Grenzen zu gehen und fordern ihre Körper und Willenskraft heraus. Dabei ist der Wunsch, dass jeder Teilnehmer durch diesen Wettkampf mit allen möglichen Herausforderungen seine Kräfte und Fähigkeiten entdeckt und entwickelt, um dann den Herausforderungen des Lebens noch besser entgegentreten zu können. Warum nimmt denn die EMBA-Klasse der Suzhou-Universität an diesem Rennen teil? Und was hat sie persönlich dazu bewogen, durch die Wüste Gobi zu laufen? Die Suzhou-Universität ist nur eine kleine Organisation. Sie ist eine private Schule und alle Mitglieder, ob Studenten oder Dozenten der Universität, möchten durch verschiedene Aktivitäten den Bekanntheitsgrad der Suzhou-Universität erhöhen. Und bei der Gobi Challenge nahmen bis vor einigen Jahren nur etwa fünf taiwanische Universitäten teil. Davon war wahrscheinlich die Donghai-Universität die einzige private Universität. Die anderen waren öffentliche Universitäten, wie die Nationale Taiwan-Universität. Wie man weiß, haben öffentliche Universitäten mehr Ressourcen, während es bei den privaten Universitäten etwas knapp ist. Und daher ist so eine Teilnahme an einer derartigen Veranstaltung eine großartige Möglichkeit, für eine private Universität wie die Suzhou-Universität, sich bekannter und für sich Werbung zu machen. Das war ein sehr wichtiger Grund für unser EMBA-Programm, an der Gobi Challenge teilzunehmen. Was mich persönlich angeht, bevor ich an der Gobi Challenge teilgenommen habe, bin ich nicht gelaufen. Wegen der Arbeit und dann rausgehen und dabei schwitzen, das fand ich früher sehr nervig. Aber als ich dann ein gewisses Alter erreicht hatte, dachte ich mir, dass man doch irgendeinen Sport haben sollte, mit dem man alt werden kann. Gerade in dieser Zeit ergab es sich, dass einige Alumni zum Laufen eingeladen haben. Und Laufen ist eigentlich die grundlegendste Sportart. So dachte ich mir, das ist die richtige Sportart, mit der ich alt werden kann, und habe dann mit dem Laufen angefangen. Außerdem hat die Suzhou-Universität übrigens noch eine sehr schöne Tradition. 1999 wurde der 24-Stunden-Ultra-Marathon der Suzhou-Universität ins Leben gerufen. Das ist zusammen mit der Gobi Challenge eine schöne Möglichkeit, den Bekanntheitsgrad sowohl des EMBA-Programms als auch der Suzhou-Universität zu erhöhen. Und wie sah eigentlich das Teilnehmerfeld aus bei der letzten Gobi Challenge? Gibt es außer der Suzhou-Universität noch viele andere Vertreter aus Taiwan? Dieses Mal nahmen 72 Teams von 65 Wirtschaftsschulen teil. Und insgesamt kamen über 3000 EMBA-Studenten aus aller Welt dazu zusammen. Bei so vielen Teilnehmern ist es eine großartige Möglichkeit, sich mit Studenten anderer Schulen auszutauschen. Als EMBA-Student auf diese Weise zu lernen, sein Netzwerk zu vergrößern, ist auch eine sehr wertvolle Erfahrung. Aus Taiwan bestand der größte Teil weiterhin aus öffentlichen Schulen, wie zum Beispiel die Nationale Taiwan-Universität, die Zhengzhi-Universität, die Jiao-Tong-Universität oder die Zhongxing-Universität. Und dann noch die privaten Universitäten, Donghai-Universität, Suzhou-Universität und die Taipeer Technische Universität. Und man kann sagen, dass die Leistung der Suzhou-Universität nicht schlecht war. Und wir haben Sie und die anderen Teammitglieder sich auf das Rennen vorbereitet. Man kann sicherlich nicht einfach so 100 Kilometer durch die Wüste Gobi rennen. Wenn es zum Laufen kommt, sagen wir oft, es gibt nur ein langsames Ansammeln, aber keine Wunder. So trainieren wir EMBA-Studenten aus Interesse am Laufen seit langer Zeit und verbessern so unsere Ausdauer. Wir treffen uns Dienstagnachmittags, um ein einfaches Lauftraining durchzuführen, auf dem öffentlichen Sportplatz der Taipei Arena in Taipei-Stadt. Das Training ist einfach und auch nicht so lang. Speziell für die Vorbereitung auf die Gobi-Challenge treffen wir uns dann donnerstags an der Chiang Kai-Shek-Gedenkhalle, wo wir dann ungefähr 10 Kilometer laufen. Das gehört auch dazu, um die Muskelerinnerungen zu trainieren. Am Wochenende treffen wir uns dann mit allen bisherigen Teilnehmern der Gobi-Challenge. Da wir schon viermal teilgenommen haben, gibt es inzwischen auch schon so etwa 30 aktuelle oder ehemalige EMBA-Studenten der Suzhou-Universität, die schon an der Gobi-Challenge teilgenommen haben. Da laufen wir dann längere Entfernungen. Außerdem bereiten wir die Teilnehmer auch darauf vor, wie man sich während der Gobi-Challenge zu verhalten hat. Zum Beispiel, dass man nichts dort hinterlässt, was nicht in die Wüste gehört, sondern alles wieder mitnimmt. Und dazu nehmen wir auch immer mal wieder an anderen Wettkämpfen teil, um die Teilnehmer auf das Gefühl während eines Wettkampfes vorzubereiten. Denn bei einem Wettkampf zu laufen, ist doch etwas anderes, als einfach nur so zu trainieren. Man lernt zum Beispiel dabei, mit der Nervosität während eines Wettkampfes umzugehen, wodurch die Fähigkeiten des Körpers verbessert werden. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Jeffrey Lin, der zusammen mit anderen Studenten und Absolventen der EMBA-Klasse der Suzhou-Universität im vergangenen Jahr an der Xuanzang Road Gobi Challenge einem Rennen durch die Wüste Gobi teilgenommen hat. Im zweiten Teil des Gesprächs in der kommenden Woche geht Jeffrey Lin dann auf die Erlebnisse während des Rennens durch die Wüste selbst ein. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Einschalten. Am Mikrofon verabschiedet sich Carina Rother. Tschüss, bis zum nächsten Mal.